Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft, jetzt also die beiden von Tarnado Games, also ich und Schwabadoo beziehungsweise Tillmann, aber wir haben jetzt einen Kumpel dabei, nämlich den Lars von der Huber, werden wir auch noch einen Link in der Videobeschreibung machen und wir haben uns halt entschieden, dass wir auf Minecraft jetzt einen Let's Play machen wollen, es wird jetzt auch schon wieder dunkel, das ist sehr toll, dieser gestörte, der hier rummüpft, ist Tillmann, ja wir haben uns jetzt einfach Pferde und jeder hat sieben Brot dabei, weil wir hinten haben wir schon ein bisschen was gebaut, aber darum geht es jetzt nicht und ich denke mal wir reiten dann jetzt einfach in die Richtung hier, so? Wir können ja auch mal ein Let's Show machen zu unserer ganzen Welt. Ja, die könnt ihr dann auf euren Kanal machen. So, ähm, können alle noch Hallo sagen, ne? Hallo, hallo an meine Zuschauer. Hallo, ich nehme das von uns auf, wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Also, äh. Wo seid ihr? Ich habe euch verloren. Nein. Alter, hab ich mich verarschen, ich komme mit meinem Scheiß fertig durch. Ich bin, hier hinten, hier bist du. Hab dich. Ich habe schon zwei Fleisch gesammelt. Ich reite jetzt einfach in die Gegend. Wie sammelst du zwei Fleisch ohne Waffen? Ich habe auf den Kopf gehauen die ganze Zeit. Oh, ich bin runtergefahren, egal. Ja, hier im Wald ist mit dem Pferd natürlich scheiße, ne? Okay, lass hier über den Berg. Vor allem wird es jetzt Nacht. Naja, Wald ist ja schon besser. Ja, aber lass uns hier über den Berg und mal gucken. War ja gerade ein Mega-Lag. Bei dir auch? Boah, bei mir der Mond. Aber leider kann ich nicht aufnehmen, weil wir am PC noch nicht. Ich bin tot. Ah, du bist so dumm, Alter, du bist so dumm. Also, so habt ihr schon mal gesehen, wie man es nicht macht. Tillmann hat es schon unter Beweis gestellt. So geht es nicht. Ah, ich habe mir auch schon ein Herz gezogen jetzt. Wetten, wenn es weniger ist, sind alle Pferde tot. Ja, ähm, Tillmann, wo bist du? In der Burg. Oh, du tot. Der ist in der Burg. Ja, komm, dann lass uns nochmal zurück in zur Burg, dann bringen wir die Pferde wieder nach Hause. Ja, okay. Die Pferde sind scheiße, damit ist man nämlich richtig unflexibel, stimmt schon. Fangen wir dann alles neu an? Nein, wir fangen nicht nochmal alles neu an. Ich komme hier nicht weg, ich bin zu doof dafür. Okay. Ja, man, jeder soll wissen, dass hier mal ein Lauf ist. Halt, deine Vater ist es wert. Ich habe das Pferd gefunden. Ja, stimmt für dich. Und die Erfahrung von Tillmann und sein Fleisch. Ah, welche Erfahrung? Ja, welche der Tillmann weiß ich hatte. Scheißgaul, komm her jetzt. Alter, ich bin hier gerade so am Feilen. Ah, Mann, wie komme ich nochmal auf mein Pferd drauf? Achso. Ja, du bist halt so ein Feil, Lord. Ja, das sagt der, der schon tot ist, ne? Hier, Zock... Ja, ich habe... Ein Sklett, das auf einer Spinne reitet, ist jetzt irgendwie beängstigend. Ja, das sind diese Spinnenreiter. Ach, fuck, Alter. Ja, ich bin... Wann darfst du? Ne, das ist der Tillmann. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt alle in die Burg. Super, jetzt gehen wir das Teil auf. Und sagt, er so zu wenig Speicherplatz hat. Das wird YouTube interessiert. Ganzhaft. Ja, hier ist jetzt schon der, äh, der Wachtturm. Oh, mein Pferd hat überlebt. Na, das überlebt. So, Leute, dann alle zum, äh, zu meinem Haus, ne? Ja. Ich gehe mit dem Thema zusammen. Ne, Mann, wo bist du? Also, hier seht ihr das jetzt schon, eine Farm halt zum Teil. Ja, okay. Los geht's. Denkt an die Gäule in den Stall zu bauen, ne? Die Gäule in den Stall zu bauen, ja, genau das meinte ich. Liebe Leute, nehmt euch kein Beispiel an meiner Rechtschreibung. Rechtssprache müsste man ja sagen. Okay. Du brauchst Hilfe? Ne, gut. Ähm, ja, ich gehe dann, ich gehe dann durch den Turm rein, macht dann euch da unten auf, ne? Ja. Ne, ich denke, wir fangen neu an. Äh, Quatsch, wir gehen jetzt weiter. Ja, Junge, wir machen jetzt erstmal Nacht. Wir machen jetzt erstmal Nacht. Ja, pennen halt. So. Wie seht ihr jetzt, mit bei mir schon, also das ist so, dass wir gebaut haben. Also, ich gehe in mein Bett, ihr könnt euch Türme suchen, ne? Wir werden, ich denke mal, wir werden auch mal eine Let's Show hochladen, zu der Hütte. So, wo seid ihr Spanner jetzt? Tür und Tor stehen offen, ich habe keinen Bock auf Ungeziefer. Wir sind schon da. Ach, hier seid ihr schon. So, Pferde in den Stall, Tor offen. Zumindest erstes Tor. So, kommt rein. Mann, Huber, Mann. Hör doch mal die Türen hier zu. Ja, du musst jetzt mal reinkommen, du. Du warst der Letzte, du warst der Letzte, ja? Nein, ich war nicht. Nein. Die erste Halbe Stunde ist gleich schon um. Apropos hat sich eigentlich irgendjemanden Wecker gestellt. Ja, ich. Okay, dann sagst du einfach mal. Leute, hört auf jetzt. Scheiß Pisser hier. Und das war es das erste und letzte Mal, dass ich mit euch beiden kleinen Kindern aufgenommen haben, so. Tillmann, Tillmann, Turm 1, Hubert, Turm 2 und ich gehe in Turm 4. Alle bitte ins Bett. Okay, Papa. So, warum bin ich jetzt immer noch nicht im Bett? Ich bin im Bett. Ja, ich auch. Tillmann. Ich bin auch im Bett. Ja, jetzt. Ich muss jetzt schon von meinem Boot fressen, bevor es über den Los gegangen ist. So, dann kommen wir alle in den Hof, dann, ich würde sagen, wir müssen jetzt halt alle über den, über Turm 2 raus, ne? Über den Ausgang. Über Geheimgang. Ja. Na, komm bitte, mach mir das Robo von neu. Nein, wir machen das nicht nochmal von neu. Bleibt jetzt auch. Doch, komm, Turm. Turm 2 zu 1. Das bleibt jetzt so. Nein, ich mach das nicht neu. Leute, du bleibst das so, es hört auf hier rumzuholen, ich mach das nicht neu. Ja. Und mach einfach das Video, ich bin zu dumm, um hier hochzuklettern. Weißt du, wenn man in seiner eigenen, in seiner Selbstgeburt, wo er zu dumm ist, um auch durch, um eine Tür zu gehen, ne? Da ist man dumm. So, Tillmann, was machst du da oben schon mehr für einen Scheiß? So, Kinder, dann lass uns jetzt auch aufbrechen, wenn los ist. So. Ich hab nur noch zwei Brot. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Was kommt davon, wenn ihr beide meint, ihr müsstet euch da drin kloppen? Eine Spinner. Ach, heil nicht rum. Geh aus dem Weg. Ich hab auch diverse Getreide, was man vielleicht mal auf ernten sollte, aber egal. Ja, ich denke mal die Richtung, genau wie vorhin. Aber auch. Moment. Ich bin jetzt schon am Weg, man kommt dann einfach nachher. Ja. Also auf jeden Fall halt ein Stückchen weg von der Stadt. Also, Huber ist hinter mir. Erstmal sechs Minuten failen, das ist schon mal gut. Ja, das ist Pro-Like. Achtung, Sklette, drei Stück. Boah, scheiß Dreck, Alter. Alter, wir haben vorhin einen guten Anfang, finde ich. Ja, ja, total. Erstmal Flamen. Drei Sklette, ein Zombie verbrennt von mir. Ja, also, wenn ein Tillmann, dann fängt jetzt das Cheaten an oder so. Ne. Aber eine Spinner haben wir auch nicht. Ich hab mir das Holz abgebaut, damit ich mir wenigstens ein Schwert machen kann, damit ich hier wenigstens die Fack-Skelette wegmachen kann. Ach komm, einen Creeper, den hab ich auch noch gebraucht. Weg. Boom. Die Monster hat wohl nichts von mir. So, ähm, ich bin jetzt hier hinten am Berghang, wo der Wald ist, wo der Tillmann gestern irgendwo abgekratzt ist. Gestern? Äh, ja, das ist gestern im Game. So, dann bewegt euren faulen Arsch jetzt hier hin. Ja, ja, ich bin direkt hinter dem Tillmann. Also, der Tillmann ist schon bestückt. Auch im Dexter-Pack, ne? Okay. Ich baue so lange schon mal ein bisschen Holz ab, solange Tillmann noch nicht da ist. Ja. Holz brauchen wir sowieso. Also, normalerweise ist halt der Server von mir und Tillmann. Eigentlich ist die Hauptsache im Moment von mir, also er wird von mir gesponsert. Äh, nur Tillmann spielt halt nicht drauf. Und, zumindest nicht der Folge jetzt, ja, auch viel irgendeinem soll zählen, was überhaupt kein interessiert. So, auf jeden Fall, ähm, ja, haben wir da hatten halt jetzt die Idee, ich und Huber, wir waren ja auch früher beide bei Gaming, Abageddon, dann habe ich jetzt zuletzt nichts mehr rausgebracht. Jetzt habe ich mir, war ich halt mal so frei und habe mir ein neues Mikro gekauft. Und, äh, Tillmann wird dann auch ein neues Video sich holen, äh, neues Video, neues Mikro sich holen. Und dann wird das Ganze dann auch... Aber erst, wenn ich mir meinen neuen PC hole. Boah, das interessiert doch keinen. Und? So lange werde ich aber keine Videos hochladen. Genau, so lange wird er keine Videos hochladen. Das war das, was ich jetzt auch 20 Sekunden später zu sagen kann. Tillmann, Huber, hör auf rum zu lachen, wo bist du? Ich spiele beim Huber. Ja, und wo seid ihr? Wir sind bei X1065, Y78, Z104. Also irgendwo in Nirgendwo. Was, das interessiert mich jetzt. Ich weiß auch, glaube ich, wo Torben steht. Ja. Ja, bevor ich zum Temmen gehe, mache ich jetzt mal wieder Webbench. Also ist jetzt mein äußersten Torben. Kommt sofort nach. Bist du oben auf dem Berg? Ja, so ungefähr. Siehst du Kühe? Ja, ich bin beim, am, am Wald. Ja, da sind wir auch. Ach, ich rede mich schon wieder auf. Der Tillmann meint, er müsste zu langsam sein, dass er schon mal den ganzen Betrieb auffällt hier. Schön. Ich nehme noch ein bisschen Kohle mit. Ich gehe in der zweiten. Oh, nee, welche? Siehst du Kühe? Junge, nein, aber ich habe so ein verkacktes Tal, wo ich mir denke, wo du wahrscheinlich runtergefallen bist. Ist das so, ist das, da, warte, bleib, bleib da stehen, bleib da stehen. Ne. Krise. Nein, da bin ich nicht runtergefallen, wo du gerade bist. Ne, ist mir auch scheißegal. Hauptsache, wir können jetzt langsam mal starten hier. Und, sag mir mal deine Koordinaten. Ähm, X 1209, Y 79 und Z 948. Okay. So, wäre schön, wenn ihr jetzt so langsam, ihr beide Vögel, die auch mal auftauchen würdet. Ja. Was, was, da ist der Dich. Ah, du lebst noch. Komm mit, komm mit. Wie komme ich mit? Der Huber soll kommen. Nein, wir gehen da lang. Der Huber ist in der richtigen Richtung. Huber, bleib stehen. Ach, der ist noch, der ist noch in die Richtung weitergegangen, der Spaß. Ja. Ja. Da war ich auch schon. Könntet auch mal auf mich warten, ne? Aber, ey. Ja, du hast doch gesagt, du wärst schon weitergegangen. Junge, ich hab auch als spacken Kinder gewartet. Ah, zu geil. Aber stimmt, Tillmann, ich bin ja nur der, der aufnimmt. Vor dem würde ich auch weglaufen. Kohle sieht auf dem Textrappett auch geil aus. Du musst, wenn du sprintest, die ganze Zeit dabei springen, dann ein bisschen schneller. Bla, 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 du kannst auch mal warten. Der ist schon da oben am Rumbauen, hast du irgendwo ne Workbank gebaut? Ja, warte. Ja. Okay. Kann man das alles noch eben reinmachen? Boah, wenn du spielst noch einmal. Ich war das nicht mal mehr. Ja, 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 ja. Ich sag's dir. Ich war das einfach nicht. Spacken. Ist das erst und das letzte Mal, dass ich mit dir spiele. So, ich geh jetzt, wollen wir hier schon oder nicht? Also ich werd's noch schießen. Nee, das ist noch schießen da. Eben. Ich werd mir jetzt wieder auf jeden Fall mal ein bisschen Holz mitnehmen. Also wir werden's auf jeden Fall auch so spielen, dass, ähm, jeder für sich baut, aber es wird halt Tauschhandel betrieben, ne? Also wir werden vielleicht nochmal was zusammenbauen, aber hauptsächlich wird jeder, ähm, bauen für sich. Wir wissen auch noch nicht genau, also wird nicht immer, dass alle online sind. Das können wir auch nicht garantieren, aber wenn halt hier gespielt wird, wird aufgenommen. So, erzähl mal, du hast hier so ein bekacktes Schwert gebastelt. Haben wir die Workbank mitgenommen? Ja, ja. Das ist gut. Ähm, ja, gehen wir noch ein Stückchen weiter in die Richtung, würde ich sagen, hier, ne? Ja, ich nehm noch ein paar Pizze mit, dann könnte man sich eine Pilzsuppe machen. Hm, ich mach dir schon eine Pilzsuppe, du. Ja, was denn? Weißt du, ne? Ja, was denn da oben? Hinten sieht's geil aus. Hier ist überall Wasser. Wow, fuck, ich bin runtergefallen. Eigentlich eine ziemlich geile Landschaft. Ja, ne? Finde ich auch. Warum komm ich jetzt nicht über den verkackten Teich drüber? Weil du scheiße bist. Wollte ich grad sagen. Oder soll ich dich mal vor auf dein Dings zurückhalten, was du zu erzählen hast? Hu, Tim, versuchst du mich gerade zu dissen, derjenige, der es schon eiskalt geschafft hat, zu sterben? Ja, entschuldigung, wenn ich die Unterfälle. Ja, entschuldigung. Ja, entschuldigung. Tom, ich will dich ja nur auf das Gespräch von letzt... Äh, vor, sagen wir mal, einer Stunde hinweisen. Mit Schwimmen. Mit Schwimmen? Ja. Scheiße, kann Schwimmen. Deine Erfahrung, die du gerade gemacht hast. Ja, dir hat bestimmt YouTube interessiert. Ja. Na klar. Und tschüss. Bisschen Wolle ist auch nicht schlecht. Ich renne noch weiter. Ja, du kannst doch mal warten. Du bist nämlich nicht alleine. Lauf jetzt nicht weg. Und da du der einzige Spacken bist, der nicht aufnimmt, interessiert es absolut niemanden, wenn du weiter wegrennst, weil keiner siehst, wo du hinrennst. Lass ihn doch. Ja, das ist aber völlig sinnlos. Warum macht das? Du bist völlig sinnlos. Ja, ihr seht Leute, 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 ihr seht und ein eingespieltes Team. Ja, das beste Team ever. Ja, ja, da oben. Also ich finde die Gegend hier geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die auch geil, hier kann man ja auch schon einfach... Huber, ich mach auf und so, Huber schmeißen wir nochmal Workback rüber. Ah ja, klar. Bitte sehr. Danke. Bisschen... Ja. Ich muss nochmal erheben, ich will auch ein Schwert haben. Boah, Holzschwert. Du den Hopfen! Willst du die Workback wieder nehmen, oder? Kannst du ruhig mitnehmen. Okay. Nehmen wir noch ein bisschen Stein mit. Na, ich auch. Okay, das sollte reichen. So, nochmal zu essen. Ein bisschen was Kühe. Ich hab nicht mehr allzu viel Holz, ich hab nur drei ungebraten Holz hier, hätte ich wohl schon gesagt. Guck mal, du scheiß Kuh. Okay, komm. Das Niveau muss wieder hoch. Ja, jetzt. Also falls ihr immer noch nicht aufgeschaltet habt. Herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt ein Eis. Dann Respekt. Gesponsert. Hier ist überall Kohle, ey. Überall. Ist eigentlich für die Keilentschaft, muss man schon sagen. Ich hab allen Geld gezeigt, als es weiterzugucken. Ja. Wo bist denn du, Tillmann? Ich bin ein Stück weiter noch. Ich weiß, was ist denn das falsch? Egal, wo du bist, du kannst uns jetzt suchen. Ich bin nur ein Stück weiter, ich fahr mir hier gerade was essen. Oh, Kürbis, Kürbis sind cool. So, und ich sag, wenn ich nur einmal wegrenze, ist es mir scheißegal. Dann sieht er kein Mensch, was du brauchst. Ich sehe auch so schon kein Mensch, was du brauchst. Das ist irgendwie so ein bisschen der Fehler an der Sache. Hier, kein Plan. Man, bleib stehen, du Spaß, ich seh dich. Ah. Ja, ich bin erstmal mal runtergesprungen in die Tiefe. Hab euch verloren. Tolle Idee. Schau, ich habe jetzt elf ungebrochenes Rindfleisch und rohes Hühnchen. Ich hab drei. Ah, da seid ihr. Gut, ich hab euch. So, langsam wird's nacht. Alter, ich fänd's ja geil, wenn wir irgendwie ans Meer kommen oder so. Falls das da hinten nicht schon ist. Das wär cool. Alter, auf jeden Fall, irgendwas auch, wo viel Platz ist zum Bauen, weil ich hab jetzt eigentlich keinen Bock, mich jetzt durch den ganzen Berg zu bauen. Hier war eigentlich auch ziemlich viel Platz. Guck mal, hier hinten sieht geil aus, die Berge. Das sieht auch ziemlich geil aus. Hier ist Fläche, hier ist Wasser. Was will man mehr? Den dümmsten Start aller Zeiten, aber die besten Aussichten. Okay, die besten nicht. Alter, ja, ich komm mit... Wo sind wir in den Alpen? Alter. So sieht's aus hier, ne? Ja, voll. Wir sind hier richtige Bergsteiger. Lars, darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Warst du jemals in den Alpen? Wenn du jetzt Nein sagst, dann lösche ich deinen Kanal. Wie auch immer ich das in den Bergstelligen will. Tauben, meine... Oh, da hat mich vorher jemand angeschrieben. Möchtest du sonst noch irgendwas mitteilen? Mein Opa, also meine Großeltern, leben in Allgäu. Und da sind genügende Berge. Und das liegt in den Alpen. Ja, und? Bei uns sind auch Berge. Größere Berge. Wo auch Schnee ganz oben an der Spitze ist. Du Kuhschubser! Ja.